Leon! Leon! Alles klar? Ja. Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Verdammt! Chris, hör mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Er ist Albert Weskers Sohn. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werde es tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ada Wong ist tot. Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Ist alles okay? Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Echo an HQ, hören Sie mich. HQ an Echo, Bericht. Hey, was zur Hölle machen Sie beide da? Wir müssen evakuieren. Los! Brüllt er mich mal wieder an? Wir haben Spuren des C-Virus im Gas festgestellt. Das scheint dasselbe Gas wie ein toller Hochs zu sein. Tachi, versinkt im Chaos. Wir versuchen es zu kontrollieren, aber... Doch! Machen wir, dass wir hier wegkommen. Hallöchen nochmal von uns. HQ an alle Teams. Quatsch, der ist ja nicht schon wieder voll. Erwarte aktuellen Lagebericht für Tachi. Oh, doch nicht. Wir wollen dort nach Evakuierten suchen. Moment. Wir wollen helfen. In Ordnung, dann los. Wir lagen. So. Ja, gut. Kann er mal die Schnauze halten, das ist ja. Klar, keine Sorge. So, hallo, jetzt bin der Bello. Das ist der Heizung. Wir spielen jetzt. Oh, von mir an, hallo. Das geht ja gar nicht. Quatsch, der will ich stelle dich rein. So, jetzt habe ich mitteln. Hier drüben. Alles okay? Wie ist das da draußen? Die Kacke ist ganz schön am Dampfen. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Wir sind auf dem Weg zum Turm, um nach den Evakuierten zu sehen. Wir haben draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft. Hilft uns bestimmt. Das sieht doch super draußen aus. Ja. Äh. Und, ja, hier ist noch ein Problem. Schicht da drauf. Äh, ja. Geht los. Mist. Ah, verdammt. Ähm. Ähm. Fängt da super an. Wo sind wir jetzt abknallen? Äh, äh, äh. 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 Wuhu. Äh. Ich war es nicht. Verdammte Axt. Alles okay? Wie ist das da draußen? Ist nicht mal Zeit, hier bisschen zu gucken. Die Kacke ist ganz schön am Dampfen. Das ist noch harmlos ausgedrückt. So, jetzt kann ich schnell was mitnehmen hier. Um nach den Evakuierten zu sehen. Wir haben draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft. Oh, komm mal lieber hoch. Ja. Kamera? Danke. Das macht elf Tanzen hier oben. Ich liebe es, wenn man keine Zeit hat. Echt gut. Ja, das macht der Sprechner sehr gut. Wir müssen los. Hä? Was hat denn hier? Tschüss. Oh. Los jetzt. Ich mach das. Los, los. Halt. Zurück. Wo ist das Auto? Viel zurück. Oh. Was gar nicht fritteln kann. Fritteln, hä? Will er mir eine reinhauen? Oh, hinter uns. Vorsicht. Oh, vor uns. Vorsicht. Ah, verdammt. Geh mal weg. Geh. Na, komm, 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 komm. Was ist denn hier los, Mann? Alter. Wie kann man hier ganz so kram einsam? Ob, wenn wir denn die Zeit dafür haben. Ich kann die Maschinenpistole nicht mitnehmen. Scheiße, aber auch. Willst du mir vermisst dabei? Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, weil sie geworden ist. Oh, da kommt noch mehr. Wie kann ich denn? Ich kann so scheiße Muni hier nicht erquerten. Rückseite, der Richtige. Ich glaube, wir sollten uns nicht zu lang hier aufhalten. Ach, die tauchen hier einfach... Ach, die fallen von der Decke hier. Wir sollten vielleicht... Los, schnell! Das ist dann würdig. Heller! Bewegung! Oh, ich komme ja schon. Heller. Bewegung! Sein Kamerad ist auch echt mitfühlt. Mist, weg hier. Wo kommt die ganze Asche her? Vermutlich von der Rakete. Echo Team, get ready to withdraw. HQ und Charlie. Planänderung. Tachi ist Schwergebiet für Sie. Rückzug. Warten Sie auf weitere Befehle. Was? Aber Echo Team ist noch da. Sie brauchen uns. Rückzug. Das ist ein Befehl. Wir dürfen niemanden mehr verlieren. Das wird unmöglich sein. Vor allem fährt er auch so schön schnell. Ja, er fährt halt safety source. Das kennst du doch. Aber bei dem Riesentacho, das er da hat. Oh, ich glaube, keiner an meiner Tür. Magst du mal weiterfahren? Sie wollen nur zum Finger. Wir müssen los. Ich habe dich ab. Ich finde das Gaspedal nicht gehört. Jetzt, wenn er mal Licht anmacht und jetzt mal Gas gibt. Hallo? Ich bin ja vielleicht ein Fuß von der Bremse nimmt. Ich boxe ihn gleich. Also mal. Kick ihn doch mal raus. Fahr selber. Die Option steht mir leider nicht zufrieden. Ich sehe auch gar nichts. Ja. Viel sehe ich nicht. Da ist keiner vorne vom Motor. Den sehe ich auch. Mach doch mal einen Scheibenwischer an. Alter, ich steige mir aus und schiebe die Karre. Und mach doch heute immer nicht an, du blöd Arsch. Da. Nee. Das ist kein Licht, glaube ich. Er hat irgendwas gedrückt. Hat der uns gerade 10 Meter weit gebracht und dann eine halbe Stunde für gebraucht? Ja. Was denn, was von meinem Team noch übrig ist? Vielen Dank. Passen Sie auf sich auf. Vielen Dank, du nahmen Arsch. Vor allem, wieso steht der... Echo Team, kommen. Ist jemand da? Wollen wir da mal reinlaufen? Warte. Nicht da. Da. Wir sollten hier auf jeden Fall weg, weil da kommen welche. Ach, hab dich mir nicht so... Hey. War geil. Vorwärts. Ich kann nicht. Ah, hier. Alter. Alter. Der Typ, der geht ja gar nicht. Der Typ, der geht ja gar nicht. Na los, ich helfe Ihnen. Ach, kannst du dich bewegen, ja? Wie, ja, aber wohin? Ich geh mal hier lang. Das sah zum Glück für Hammered auf, gerade. Was denn? Wie der Zombie von dem Show getroffen wird. Hm. Achso, du rennst schon vor. Na, Muni halt, ne? Ich hab mir grad noch Ada angeguckt. Warum? Ja, warum denn nicht? Gut. Sagt einfach gar nichts. Ich kann da gar nichts suchen. Aber ich bin mir sicher, er ist tot. Hm. Ernsthaft? Hm, was denn? Achso. Nimm doch mal einfach deinen scheiß Metallkopf weg hier. Worauf schießt du denn eigentlich? Achso. Yeah, zeig's ihm. Los. Yeah. Keine Ahnung, wo die Phase an hier. Sehr gut. Danke. Ach nee, falsche Taste. Danke fürs Helfen. Weil ich dir auch so gut geholfen hab. Da ist schon wieder ne... Hä? Ah. Da ist schon wieder ne Pflanze drin, die ich nicht mitnehmen kann. Und jetzt kannst du sie... Ach nee, ich auch nicht. Ach, ich bin auch voll gemüllt mit weißer Geier, was. Einem Erste-Hilfe-Spray. Ich hab sogar zwei Erste-Hilfe-Sprays, aber... Ich glaub, die Sprengse... Ich schmeiß die Scheiß Sprengseiß jetzt weg. Das ist zu doof. Wo schmeiß ich weg? Ah. Ja, weg. Weg mit dem Häs. Ich behalte sie vorsichtshalber mal doch. Jo, mach das. Ich kombiniere jetzt erstmal... Den... ...grünen Kram. So, hab ich hier ein bisschen platt. Ich hab das weitergefunden jetzt. Oh, hier ein bisschen... ...Fähigkeitspunkte noch. Was? Hinten links. Ah. Vorwärts. Vorwärts. Öp. Alter! Doch mal. Haben wir jetzt, ja. Immer dieser Pöbel. Wer denn her? Ihn wollte ich gar nicht benutzen. Jetzt... ...habe ich nicht mehr genug Platz für die Schrotflinten-Munition. Ich werde hier gleich bei euch. Aber keine Magnum mehr, ey. Naja. Wie war denn das nochmal mit... ...habe ich noch mal mit der Schrotflinten-Munition? Okay. Okay, ich muss umschalten. Ich weiß mal nur... ...die Richtung, mit der man zielt. Ah! Wenn du gezielt hältst und dann die Invertat-Taste drückst. Sofern das zur Auswahl steht, ne? Also wenn unten im Handy der Server steht. Aber habe ich auch nur bei den Pistolen stehen. Na gut. Komm du, Eckart. Der Tarif Q hältst. Wird doch nie alter Spruch. Hahaha.